Wolltest du nicht auch schon immer einmal so zeichnen können? Hallo, ich bin Sandra und ich werde dir in diesem Kurs zeigen, wie du tolle, digitale Porträts in Photoshop zeichnen kannst. Und das auch ganz ohne Vorlage. Kurz zu mir. Ich arbeite als Game Artist und freischaffende Illustratorin und durfte für verschiedene Projekte immer wieder vor allem Charaktere zeichnen. Das Gesicht spielt dabei die zentrale Rolle. Es ist die Stelle, auf die die Betrachter oft zuerst schauen. Wenn du diesen Kurs absolvierst, wirst du das Porträt zeichnen in all seinen Facetten meistern. Dabei spielt es keine Rolle, ob du noch ein kompletter Anfänger oder bereits fortgeschritten bist. Du wirst für Hobby- und Berufsprojekte bestens gerüstet sein und spielerisch jede Menge lernen. Die menschlichen Kopfproportionen, eine Zeichenmethode für Porträts in jeder Perspektive und sämtliche Gesichtsmerkmale im Detail. Dazu bekommst du eine Vielzahl an digitalen Zeichen und Bearbeitungstricks an die Hand. Du lernst verschiedene Stile kennen und festigst grundlegende Zeichentechniken. Generell erhältst du all das Wissen, welches du benötigst, um wirklich jeden Menschen auf dieser Welt und darüber hinaus zeichnen zu können. Egal welchen Geschlechts, welchen Alters, welcher Herkunft und egal mit welcher Emotion. Schließlich werden wir die Theorie auch kreativ anwenden, sodass du am Ende nach verschiedenen Übungen und Projekten einige richtig schöne Porträts vor dir liegen hast. Bist du bereit für deine kreative Reise? Dann registriere dich jetzt für den Kurs und schau dir gleich das erste Video an. Vielen Dank und bis gleich!